Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet. Die Indizes, die sind es nämlich nicht und ich hoffe, das hat euch nicht die Laune versaut. Der DAX beispielsweise heute schon mit einem deutlichen Gap nach unten aufgemacht. Wir haben ja schon ein wenig vermutet oder befürchtet, dass der Überschneider, den wir hier haben, eben nicht das beste bullische Bild ist. Klar, das verbindet man jetzt natürlich mit Nachrichten. Ihr dürft aber eins nicht vergessen. Natürlich sind die Nachrichten der Auslöser einer Bewegung, aber die Frage, wie weit, wie groß, wie intensiv dann die Reaktion auf irgendeine Nachricht ist, die hängt von der Marktstimmung ab und die war zumindest mal angekratzt, wie jetzt wegen der Überschneidung. Naja, typischerweise, wenn der Markt eben sehr gut motiviert ist, dann versucht er diese Überschneidung möglichst wegzulassen und das ist immer so ein bisschen ein doofes Zeichen. Trotzdem, es ist noch nichts kaputt gegangen. Gut, mit der Jahresendrallye wird es langsam knapp, denn diese Woche ist ja nicht mehr arg lang. Freitag ist schon Heiligabend. Nächste Woche ist ja dann auch so ein bisschen zwischen den Jahren nochmal. Das wird schon mal eng. Man muss ja dazu sagen, die Saisonalität spricht eigentlich dafür, dass der Markt richtig tapfer läuft in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche. Aber es ist so, dass dieses Jahr vielleicht so wird wie die letzten fünf Jahre, denn da war die Saisonalität längst nicht so positiv, wie man sich das normalerweise vorstellt. Na gut, so soll es dementsprechend sein. Wir werden sehen, was wir dieses Jahr noch bekommen. Der DAX aktuell also wie gesagt mit einem Gap nach unten erstmal unterwegs und dementsprechend nicht ganz so tapfer, wie es entsprechend sein sollte. Trotzdem, ganz gute Chancen, dass er nach oben kommt, die sehe ich da schon noch. Denn das, was wir aktuell jetzt sehen, macht ja einen ganz guten Eindruck. Denn zumindest im 4-Stunden-Chart oder noch besser im 15-Minuten-Chart erahnt man schon, dass zumindest mal die Antwort auf diesen Riesendrop einigermaßen positiv ist. Und das macht ein wenig Hoffnung. Wir können das nochmal im Future gucken. Da sieht es natürlich nicht grundsätzlich anders aus. Schub nach oben. Eigentlich also eine gute Bewegungsrichtung. Aktuell wackele ich nach unten. Das lässt hoffen, dass der deutsche Markt zumindest mal noch eine realistische Chance hat, hier als nächstes nach oben hin zu entweichen. Sind wir mal positiv gestimmt? Die Chancen sind zumindest mal nicht ganz schlecht. Fairerweise muss man allerdings dazu sagen, ob das dann bei so einer kleinen Eintagsfliege bleibt, sprich der Kurs irgendwie nur sowas macht und anschließend weiter nach unten. Das wird dann erst hier entschieden. Das ist also da noch längst nicht vom Tisch. Gucken wir uns mal, was die Amerikaner machen. Dann sehen wir vielleicht da vielleicht nochmal einen gewissen Impuls. Und genau das ist das richtige Stichwort. Denn die letzte Bewegung, die wir beim Dow Jones gesehen haben, wäre toll gewesen, wenn sie wackelig wäre. Dann hätten wir gesagt, ah, stark nach oben, wackelig nach unten. Also Fortsetzung nach oben. Jetzt bekommen wir aber einen Impuls nach unten. Also null Chance, hier irgendwo uns für die Longseite triggern zu lassen. Ich weiß, viele sagen, ja, das hätte ich gerne mal vorher gewusst. Das weiß man nicht. Deshalb ist so wichtig zu prüfen, das hier gibt ein Longsignal. Das gibt natürlich kein Longsignal hier in diesem Fall. Das heißt, im Gegenteil, wenn wir jetzt sogar wackelig ABC oder mehrfach wackelnd hier nach oben kommen, wäre das also noch sogar ein ganz deutliches Zeichen für nochmal tiefer. Und auf einmal sind diese Zonen, die wir hier haben, 33.600 zeigt er jetzt hier an. Aber noch wissen wir ja auch noch nicht genau, wo dieses Ding ist. Kann ja sein, dass es erst noch ein bisschen weiter fällt. Also ich will euch keine Angst machen. Aber all das kann durchaus noch passieren. Denn die letzte starke Bewegung, die wir haben, ist nun mal ganz klar nach unten ausgerichtet. Und dementsprechend ist es nicht optimal, was hier jetzt für die bullische Seite im Moment spricht. Der Dow Jones ebenfalls also auf dem Weg nach unten. Hier haben wir übrigens ein kleiner Hinweis. Eine ähnliche Situation beim DAX. Und deshalb ist es so wichtig, wenn ihr das mal so ungefähr guckt hier. So eine Situation. Dann haben wir das hier. Das wäre der Trigger für die Longseite. Warum ist das mit dem Trigger so wichtig? Weil der Markt natürlich längst nicht immer nach oben geht. Dann triggert man hier aber auch nicht und man ist Long nicht mit dabei. Ich weiß, viele sind dann dazu verleitet. Na, aber wenn ich ein bisschen früher reingehe, kriege ich es günstiger. Da stimmt schon. Dann habe ich aber das volle Risiko noch gegen mich. Also das mit dem Trigger ist deutlich sinnvoll. Aber das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die für uns insofern wichtig ist, weil wir nicht wissen, kommt die Bewegung, kommt sie nicht, diesen Trigger eben abzuwarten und nicht zu versuchen, ja, ich will noch günstiger, ich will noch günstiger, ich will noch günstiger rein. Also, soweit mal die Überlegung zum Dow Jones. Gucken wir uns mal an, was der S&P kann. Und ihr ahnt es schon, der ist nicht viel besser. Ja, also das ist ziemlich negativ. Ebenfalls hier in die Abwärtsrichtung. Und gucken wir auf den Nasdaq. Ja, ebenfalls nicht wirklich die Offenbarung, was die Longseite angeht. Also, beste Voraussetzung aktuell für die Shortseite. Wie lange wird das so sein? Hm, der Dow Jones kann noch ein bisschen tiefer gehen, haben wir festgestellt. 33.600 kann auch ein bisschen tiefer gehen, 33.000er Marke. Nasdaq hätte bis hierhin sowieso noch alle Möglichkeiten offen. Also bis dahin ist sowieso auch dieses typische klassische Rücksetzerbild völlig harmlos. Also für all diejenigen, die jetzt schon in Panik und Sorge unterwegs sind. Ja, klar, es sieht dann vielleicht bis zum Jahresende mühsam aus, wie weit es dann noch wieder hoch geht. Kann ja nur sein, dass es die nächsten Tage dann sich wieder fängt. Aber wir wissen, dass Rücksetzer in diese Zone hier eben klassisch sind. Ja, und es darf auch ein klein bisschen tiefer sein. Es hätte auch schon aufhören können. Es hätte hier schon fertig sein können. Aber wenn es eben nicht ist, na gut, dann ist auch das hier noch eine ganz normale Korrektur, die wir hier haben, mit bester Voraussetzung, dass der Kurs hier nochmal nach oben eben geht. Also was das angeht, alles erstmal safe. Erstmal eine Voraussetzung dafür, dass der Kurs sich nach oben noch später erst durchsetzt. Aktuell ist das noch nicht zu erkennen. Das wird zu erkennen sein, wenn der Kurs hier eine möglichst scharfe Aufwärtsbewegung macht und uns dann hoffentlich, das ist kein Versprechen, aber hoffentlich irgendwo was Korrektives anbietet. Dann können wir dann die Fortsetzung dann wieder machen. Manchmal sieht man das kaum, weil das hier sehr, sehr eng ist. Da muss man da schon reinzoomen. Manchmal sieht man es auch gar nicht. Dann hat man es dann leider verpasst in der einen Situation. Aber man spart sich viele, viele, viele blöde Trades. Und das ist ja auch schon manchmal eine ganz gute Hilfe. Na gut, in diesem Sinne lasse ich euch jetzt mit diesen Eindrücken mal erstmal alleine. Der Markt muss jetzt zeigen, was er kann. So lange muss man nicht schon im vorauseilenden Gehorsam auf die Longseite wechseln. Es ist im Moment nicht die Zeit der Käufer. Es ist nicht die Zeit der Bullen. Es kann allerdings noch wieder kommen. Es ist noch nicht hier alles verloren. Denn bis jetzt sind die Ausmaße der Rücksetzer, egal ob wir uns im Nasdaq bewegen, im S&P bewegen, auch beim Dow Jones bewegen. Dow Jones hat etwas andere Tiefmarken. Auch der DAX hat etwas andere Tiefmarken. Ihr seht das. Aber alle diese Rücksetzer sind alle, doch so doof sie vielleicht sind und so unangenehm sie sind, sie sind einfach noch im normalen Ausmaß dessen, was eben völlig unkritisch ist für das übergeordnete bullische Bild, aber für das untergeordnete halt nicht optimal. Aber wie gesagt, wenn es keinen Trigger gibt, muss man ja auch nicht unbedingt dann da auf die Longseite wechseln. So, also, soweit das Bild. Euch erstmal einen wunderbaren Start in die neue Woche. Das ist ein kleines Update zur aktuellen Lage. Ich drücke uns allen die Daumen. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.